Hallo Nation, das hat Matthias Sammer nach dem BVB-Sieg gegen Celtic bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind. Zurück zum Thema. Matthias Sammer, auf Prime, du hast heute Abend Maßstäbe gesetzt. Strukturierter Start, schneller Wechsel für schnelle Tipps bei Balleroberung. Borussia Dortmund war fast die gesamte Saison über konzentriert. Für mich setzt so ein Spiel immer Maßstäbe. Ich denke aber, Union Berlin am Samstag, der Alltag kommt, wie gehen die Spieler damit um? Man kann schlecht spielen, aber dann muss man es kontrollieren. Das ist der nächste Schritt, den Borussia Dortmund gehen muss. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung und die Glocke zu aktivieren. Und das ist eine Umrüstung und die Glocke zu aktivieren.